Ach man... Was geht? Der Darius, Gragas, Com and Dodge. Der Darius war last season gold in 3er. Man kann da jetzt Instant Pot holen. Nein, hol den nicht, hol den nicht. Was? Achso, doch, doch, genau, so solltest du es kaufen, ja. Ja. Guck mal, was ich mal jetzt kaufen kann. Pass auf und kaufen wir das hier. Man muss noch nicht nur auf den Pot warten. Wie geil ist das denn, alter? Leute, das Double Doran ist wirklich Standard. Also wer jetzt kein Double Doran sold so... Der ist ja richtig retaliated eigentlich. Ja, ich habe eben gegen Tornetta gespielt und habe ihm gesagt, dass er nicht das Younger Item kaufen soll und Siren hat auch gesagt, Ah ja, Pot mit kristalline ist voll OP. Ja. Es kostet... Es kostet das, 400 Gold? Aber das ist halt ein Younger Item, weil es sich halt wieder auflädt, wenn man jangelt. Das ist irgendwie so. Ja, ja. Ich bin Tam, ich bin Tam, 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 da 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 da. Jupp, kein. Jupp, kein, nein. Aber, scherzbar. Geh mal in den Wilden. Kommt ihr mit, oder auch nicht. Nö. Kommt mir nicht. Dann geh ich sterben. Dumm, dumm. Hallo Kragas. Oh, oh, ich muss weg hier. Meine Minions. Easy. Erstmal tanzen. Erst tanzen und verliert gleich die Toplan. Eh, gut. Kann man machen, ne? Dis... Dis... Disrespect vor dem Spiel. Und verliert die Länder. Lol. Wie soll ich den Lasted nicht bekommen? Ok. Find ich jetzt aber nicht fair. Die Mastery. Ich feier sie einfach nur mit Lulu für eine Mastery. Ich glaub, man kann jetzt echt jeden traden, Mann. Aber ich find's dumm, dass man sieht, was die Gegner für eine Mastery mit haben. Ok. Könnten sie verbergen eigentlich, ne? Wär eigentlich ganz cool. Ja, das ist eigentlich schon ein bisschen dumm. Naja. Naja. Irgendwie, aus irgendeinem Grundabsicht. Damit man weiß. Oh, Hammer kann jetzt richtig hard trainen. Mit der... Die Mastery ist so OP, Mann. Kann so easy trainen hier unten. Keine Ahnung. Du hast einfach viel mehr Damage als der Gegner. Bei Outer Tax. Oh, ich bin drüben hier. Ich seh nix. Ah, ok. Gragas ist weg. Ich weiß dann nicht. Ich nehm den Altar 9 Sekunden ein. Könnt ihr vielleicht followen, wenn die kommen? Könnt' ich ja. Ok. Nämlich Gragas wird's gleich von der Base kommen. Jetzt drauf. Wenn Gragas kommt, kommen wir den Honi Esser? Ja. Gragas kommt wahrscheinlich zuerst, oder? Ok. Ok. Ja, wir haben jetzt hier safe eigentlich. Hier? Komm gleich. Darius. Wenn du kommen kannst, dann haben wir drei Kills wahrscheinlich. Alter. Jetzt dann. Boa-Man! Ich bin dauerlich. Ich bin dauerhaft. Dann bin ich dauerhaft. Ich bin dauerhaft. Ich bin dauerhaft. Ich bin dauerhaft. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich Sinn macht, dass man das mitscalte, diese 3% mehr Schaden. Ich hab's jetzt mal mitgenommen zum Testen. Und hier 3% mehr Schaden für... Ja, ja, für Taten und Fähigkeiten, die man macht. Und dafür dann 1% mehr Schaden einschlägt oder was? Ja, und dafür halt weggelassen halt 4% oder 5% Eingriffsschaden, äh, 5% der Tech-Speed, so, sorry. 4% der Tech-Speed ist das? 4% sogar. Aber ich nimm den Tech-Speed lieber mit, das find ich besser. Ich glaub, ist doch besser. Scheiß mal auf den Fähigkeiten Schaden. Aha. Aber guck mal, ich war bis jetzt noch nicht Base und ich hab nur durch die 2 Tränke so lange überlebt. Plus die ganzen Team-Fights. Ja, und ich komm mal mit meinem Mana an. Und ich bin hier ohnehin... Das ist einfach... Echt straatlich. ...dass die jetzt Doran auf prozentual Mana-Reck gemacht haben. Ist das so OP für 3er? Keine Ahnung. Also, Mana-Probleme würde es nicht mehr geben, denke ich. Wenn man ordentlich lacht hat. Ich hab grad drei Killzern können, wie ich schon hab' aber echt nur einbekommen. Ähm, ich hab' der Peter schon gefragt gehabt, ob er, je nachdem wie es bei dir aussieht, ob er Bock hat da nächste Season, mit Samware, eben mit dir, mit Peter und mit mir, dass wir da ein eigenes Team machen. Oder willst du halt unbedingt mit Alex spielen? Äh... Wollten wir nicht. Aber mit euch, klar. Könnt ihr uns das Season spielen. Weil Peter hat gesagt, der hätte auch Bock drauf. Und dann könnte man uns halt abwechseln, wenn Samware da ist, dann spielt Samware mit Peter. Und wenn Samware nicht da ist, dann können Peter Topling gehen und ich supporte ihn. Ja, gucken wir mal. Wenn man da eingespielt ist, können wir gewinnen, weil auch alles. Ich denke, support me, das ist auf jeden Fall wieder Weibel. Ja. Durch das, äh... Richtig gut. Ja, ne, alleine schon durch die Masteries, dass ich 8% des Schadens abfangen kann und so. Das ist mega OP. Na klar, wir könnten noch mit Alex spielen und so einen zweiten Squatter machen, aber... Ich weiß nicht, ich hab keinen Bock eigentlich hier so gehetet zu werden mit dieser Season. Alter, das ist so OP. Die gangen mich... Die ganze Zeit können mich nicht erreichen. Das ist... Das ist ja auch immer so, was das macht aus. Dann können wir mal gucken, dann haben wir noch ein paar Tage. Ich gehe rüber. Noi. Ich komme bald hin. Ich hab Ulti. Priss! Uuuhhhhhhh... Calculators... ...bem. ich habe mich lange gebraucht um sie zu gehen ich war exhausted auf einmal geht exhaust dabei Leute die Fotzer hat dich exhausted, ihr Gagas kommt hier ich komme den holen, Justin, du bist weg, oh nein ah ja mit der AP bleib ich sicher richtig Bock drauf oh du bist rippt, ne? oh nein, ich wollte gerade eh machen, hätte ich ihn gegessen, dann wird er gerippt nein ich war halt irgendwie gestunt von seinem Lockup, dann habe ich ihn nicht mehr bekommen schade, ich wollte es versuchen, aber wie gut at least it's right oh, ich sollte mal nach oben kommen oh nein, das sind Freecats und ich komme da nicht hin oh nein, oh lol, hab in den nächsten Trap ne, hab ich nicht lol, es ist unlucky Lulu kommt, glaube ich, irgendwo hier ist er ich habe leider nichts ab für dich ok warte kein Problem, extra noch exhaust, gesmited und nicht aufgegessen oh, das sind's ja oh, das sind's ja so, jetzt ich werde das Camp genommen Kragas, jetzt gehe ich bei dir alles wegnehmen hier ist er oh, danke so assi, ne? er ist aber schuld, wenn er meins nimmt, nämlich seins ok ok, hast recht, hatte mit der TechSuite ist deutlich besser als mit den komischen 3%er komm, ich merke der nicht mehr, ich weiß ja gar nicht, wie das berechnet wird ich bin top land, kannst fighten, ich komm lol, was hat der denn? lol, der Gehlo losig alter, das ist die Mastery jetzt so broken, man so gut, ey jetzt schon wieder einfach 42 Schaden braut ähm lass dich mal grabben, lass dich mal grabben ne oh, Digga, ich ess dich doch dann auf ihr Kragas? was ist denn das, was ist denn das Zeichen links neben einem? irgendwie, wie viele Stacks du bekommst, oder für das Gold, was die Gegner für dich bekommen, wenn die dich kennen ach so was ist er das denn grad findet? also Shutdown, zeig dir mal an, oder wie und jetzt bekommen wir auch Gold dafür, wenn du, wenn du jemand auf der botnen killst hier ist Lulu hier ist Lulu Jusk, kannst du kommen? ja hoffnung ist laut ok, Lulu, das ist mein Jungle balanced damage auf jeden Fall, so ähm man kann mit Catlin nicht mehr von Top-Spotline holen, das ist halt so ein Nachteil oh, ich hab hier noch was ist gut, dankeschön Darius kommt, kannst du kommen? oh, hier oben, rip rip oh, nö, ich hab ne Idee ok, auf jeden Fall balanced damage ich hab den, warte mal, wo ist der, wo ist der, wo ist der? keine Ahnung oh, ich bin so komm, Autohit oh, nö man, was ist denn das, dieses Exhaust, ne? das ist unten nicht so hart, irgendwie das ist so OP die Kragas? ne, erst mal den Terrorbraten oh, mein damage ist eigentlich richtig heftig, man lol die Kragas, Leute meine Nacht wenn wir check out, ich muss auch gucken, wo ich bleib oh, hier diese Gangs so viele Gangs possible aber das Jungle Item ist irgendwie verteuer geworden jetzt das ist Bullshit no, das ist echt guck mal, die Frage ist jetzt, mit Tumcange lohnt sich das eigentlich null, bis ich diesen neuen Stacks da bekomme dann müsste ich ich glaub das beste wäre, wenn ich da das andere mitnehme, oder? das mit AP-AD ich werd auch nie wieder Woundglev gehen, nie wieder Boatlands haben die komplett stimmt, das ist echt Bullshit ich möchte es mitnehmen ich möchte es mitnehmen oh gut geklappt, würde ich sagen ich bin sowas von tot äh komm ok, das ist nicht cool hm na? der Falle auf ja Leute, komm an die Trips oh, schade toll fuck du's RIP ne, mal nicht so was ne, Digga, ne, haben die beide so knapp überlebt, man ich, ich hab mir gedacht, ich bin einfach so net nhohm, bevor ich so lari und die hat mir die werden Damage-Eitem horen, so man, hau die Shit, ey tja oh leu was macht der denn was macht der denn ey guck mal so boostet bei ihm wie der afghast ich versteh ich nicht ich versteh nicht ganz wieso die die attack speed boost gebufft haben 25 prozent war eigentlich schon die bis vier gute frage jetzt mal wirklich ja die haben es ja bei ihm was gedacht ich meine 1000 gold für 30% attack speed hallo adela waren ja zu schwach gegen wapel an angeht wie ist er durch die trap durchgekommen er war noch nicht aktiviert so dass links vorbeigelaufen weiß nicht so ich mache ich 1-1 gegen darius gucken fuck da was ist hier die leute weiner ballonks oder der ballonk hatte aufgegessen das kann man freuen dass wir auch noch hier und gar keinen chance alter richtig gut was war das noch einer wieder so komisch verhandelt und ich habe keine ulti gut habe ich 333 und in der fahrung ich hab's maul und ich glaube nicht ich habe ulti ne kannst dich hier gewämmen lassen das ist glaube ich zu offensichtlich jetzt reicht aber drei von drei tonen durch exhaust ohne witz dieser spellmann ist das ok wir haben nur ein exos aber man wird ja nämlich phantom dancer ja hier wird man kann doch nicht so schwer sein egal die vtc haben die huren sölle denn es ist ja lächerlich ich komme nicht voran ich hasse auch diesen lullo weh macht übelst aggressiv und dann kriegt man den jungle wieder nicht hier weil heisenberg wieder ab boah nee na klar da muss man doch was machen okay der ist günstig holen wir den jetzt schnell ich muss weg komm rauf da och man ich habe überlegt da links zu bleiben ja rein das ulti für mich ja klar gut ulti oder lol oh ich komm schon wieder nicht ult ja warum hatten wir gerade zu lange überlebt was habt ihr gemacht man der weh war auf mir drauf und lullo ich konnte nicht autotacken ich kann nicht mehr ich sterb hier nur alter ich mach und du am stilzeln ich geh in bestman jungle ja ja was brauchst du auch noch ich brauch camp das 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 ich du witzig du das ich das das sind ja ich auch ob man ja hat mein sechner hat meine sex kommen wir müssen daran ne ich bin schon wieder gewählt jetzt reicht es aber ja hier ich habe keine sex mehr weil du mich gegessen hast von die auto decken habe ich nicht wieder gewählt ja immer immer rechtzeitig wieder raus damit er seine sex noch wählen ja du kannst du selber aufspucken ja ja ich weiß hauptsache schreist erst mal ich hab mich raus wo der kärzmann holly shit haus ist so bergen man ich finde so lange ich nicht so stark oft haben glaube ich gehe nicht so wie das sind auch jetzt ist aus wirklich ausmann die gegner sind doch jetzt ein ding ist gut oder die andris bei dir ja kann er abhängen muss man gucken jetzt reicht es aber hier und ich komme nicht vor man jetzt geht man halt irgendwie mal Du bist, du bist, äh, belastend. Hier sind Greias. Hier. Scheiße, ich hätte ja drinnen bleiben können. Ich habe mir auch gedacht, Digga, er spuckt die Hände wieder aus. Ich vergesse es immer. Dass man da so viel schneller ist. Lol, du hast ein Schwert, bei mir. Lol. Bei mir, dass du dieses Kellschwert, war da drin. Okay, ich brauche Hilfe, Digga, SOS, ich komm, SOS, Kinderdörfer. Ne, ich bin nicht dran. Okay, SOS, ich komm, ich bin nicht dran. Meiner? Okay, weiß Disrespect. Komm, scheiß mal Base jetzt, Alter, ich brauche noch ein bisschen Jundeln hier. Boah, ein bisschen Champs. Ne, kommt halt zum Maul. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hallo, Darius? Hallo? Ja, ich meine, da push noch nicht schon wieder durch. Hilf doch mal lieber hier, Action. Mein Gott. Ich muss meinen so armen Akkorn probieren hier. Okay, jetzt helfe ich dir auch nicht, Digga, das hast du davon. Ach, Maaan. Hat der Altenberg verdient, Mann. Der Schlinge. Oh, ist mal Sonja's? What the fuck? Microphone activated. Okay. Ich hab erstmal alle, alle Nummern-Tasten erstmal durchgedrückt. Mein Vogelis war auf dem letzten Dings. Hab, ich hab bis, ich hab bis 5 durchgedrückt und dann auf einmal, ja, hab ich gesehen. Okay. Ist ja ganz unten, Vogelis. Läuft. Ich weiß nicht, der Darius ist schon ein bisschen gefiedert, Mann, mit zwei, mit einem Item. Alter, das ist übelst easy, Mann. Ich weiß nicht, warum ich mir zu ändern, ich... Keine Ahnung, der Darius ist der Raster gleich übelts aus. Oh, 10 geht doch nicht auf. Na, wieso? Wieso kostet ab Püssel nur noch 2350? War doch auch teuer, oder? Weil jetzt alles gechanged wurde. Ah, das ist nicht willig. Normalerweise wäre ein APs doch genervt. Ach so, ähm... Für mich... Nicht... Sinnvoll. Wie findest du die neuen Masteries? Alter. Die eine ist auf Kale richtig broken, Mann. Welche? Dass du pro Auto-Hit immer mehr Schaden machst. Ich bin... Ich bin jetzt Level 16 und mach, wenn ich 10 Stacks habe, 76 Schaden pro Auto-Hit. Mehr. GG. Und ich baue ja nur die Tech Speed of Kale. Erste. Also, man kann jetzt eine richtige Hybrid-Kale bauen. Alter, ist nicht schlecht! Okay, sorry. GG. Lass ihn sterben, Justin. Lass ihn alleine machen. Okay. Komm hoch! Oh! Das hat er nicht gemacht. Nee, komm, hat er nicht. Oh, danke. GG. Oh Mann. Auf jeden Fall. OP altem Alter, aber richtig. Und Catelyn scheint auch wirkend zu sein. Ich finde die auch hell. Ja, eins noch oder eins schnelles könnte ich noch. Oh, Platin 1. Gute Elo. Nice. Nice. Ich bin jetzt erst mal essen. Alles klar. Alles klar.